das hier aufnehmen aber er hätte ich keine Lust zu macht irgendwie mehr Spaß ohne aufnehmen jetzt muss ich dann nochmal gucken eigentlich hab ich nur noch Lust diese Runde zu machen aber ich will unbedingt einen Helikopter haben was heißt ich mach da wahrscheinlich mehr als diese Runde so jetzt muss ich mal grad nachgucken ja richtig den müssen wir uns kaufen dringend oder ich war einfach nicht so schnell was haltet ihr davon da passt ich nichts mehr rein das witzige ist der verbraucht drei Slots und ähm wenn man den Prozess hat verbraucht er nur noch einen so das werde ich mit jetzt außer der Fuhre noch eine Fuhre wahrscheinlich nicht hinkriegen werde ich jetzt außer der hier mindestens noch zwei Fuhren brauchen um den Helikopter zu finanzieren ich glaub ein LKW hätte ich jetzt schon mit der Fuhre äh finanziert nur den Helikopter finde ich spannender das ist mein Problem also den ursprünglichen ähm LKW das heißt mein ich nenne es mal Spielstand habe ich eigentlich wenn ich jetzt noch vier Stunden spiele eigentlich wieder hergestellt nur da drauf hab ich heute irgendwie keine Lust aber es gab auch schon Tage da hab ich altes live gut Polizei ist was anderes ich mein da hab ich von morgens bis abends das gespielt vor allem hab ich glaube dass der Server sich nicht mehr rentiert hat deshalb wird sie nicht mehr weil weil am Anfang war das Server immer voll immer und da ging es dann aber trotzdem die haben dann manchmal also die haben jede fünf Minuten dann durchschnittlich einer gelieft und da gab es dann überhaupt kein Problem mit Polizisten drauf sein aber ja da war halt immer gut gefüllt hatte man immer immer was zu tun nicht aber man hat oft was zu tun und war recht cool da aber dann jetzt irgendwie im letzten Monat waren glaube ich nur noch vier Leute drauf äh so durchschnittlich zu der Wash Hour ne ichs mal wahrscheinlich war vormittags überhaupt keiner drauf und der hat sich dann wahrscheinlich einfach nicht mehr rentiert hat ihn nicht gemacht tja schade yo ich wollte eigentlich schon die Folge beenden ne ach scheiß drauf ich könnte mir jetzt hier in Sofia was kaufen ich höre noch ein LKW von hier ja folgt er mich? ne ne also nicht verfolgen in dem Sinne das jetzt unbedingt ne hier muss man nichts zahlen das ist gut ach komm leg mich doch auf Feuerersitz weil ich will mir noch den Motor ausmachen so zack dann mal raus und zuschließen und jetzt hoffen dass keiner will äh kein Auto hier kommt aber jetzt habe ich wieder krass Deezing das zeigt übrigens der rote äh Schlüssel da unten rechts an der gelbe zeigt an dass meine Ping total schlecht ist und dann logischerweise auch Deezing habe das heißt rote zeigt nur Deezing an und gelbe dass ich alles habe schlechte Ping, Deezing ich habe jetzt mal bewusst nichts gesagt weil es eigentlich ganz schillig den Grillen hier zuzuhören Grillen beim Grillen huah so wie viel Geld habe ich 9 4 glaube ich 7 0 0 ja ich glaube dass das die Polizei hinkriegen wird ist mich verarschen aber gut dass sie es jetzt gemacht haben weil ich wollte gerade eine Versicherung abschließen die vier so da ist ja jetzt kann ich hier wieder schnell fahren habe ich gehört oh Gott aber hier kommt gleich eine Kurve und mit hier kommt gleich eine Kurve meine ich werde ich nicht überleben wenn ich weiter so schnell fahre Aber so werde ich es überleben. Warum so lange ausgehalten? Wahrscheinlich stand ein Polizist genau vor dem und hat einfach einen Headshot reingedrückt, als er es gedrückt hat mit Backüberfall. Headshot voll ins Knie. Ha, ich habe es gewusst. Dass auf einmal jemand stand und ich sollte mal zurück auf die Straße. So, bei diesen Stangen, da kriege ich irgendwie mal Panik. Jetzt habe ich gerade das Auto nicht im Griff, aber jetzt geht es wieder. Und hier muss ich links. Ach ja, drei Folgen, ist das nicht schön. Sehr schön. Und wir sind mal mit der Salzverarbeitung angekommen. Motor aus. Und jetzt haben wir noch zwei Minuten, in denen wir wahrscheinlich nichts anderes tun werden, als das Salzverarbeiten. Ja. Ja. Ah, ich soll Brezeln holen, sonst noch was. Ah, ich will auch noch altes spielen. Okay. Also ich verkaufe jetzt dieses Salz. Dann stelle ich mich in irgendeine Ecke rein. Und dann kaufe ich die Brezeln. Und da bin ich glücklich. Dann tun 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 Taunen, 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 taunen Okay. so dann würde ich sagen ich bedanke mich fürs 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 zugucken hoffe es hat euch dieses mal auch wieder gefallen und wünsche euch noch viel spaß bei euren heutigen tätigkeiten ich sage tschüss tschau könnt ihr auch ein like da lassen wenn es euch gefällt könnt ihr was in kommentare schreiben schreibt was in die kommentare dann habe ich was zu lesen also dann bedanke mich fürs zugucken hause gefallen bis einmal wieder und tschüss irgendwie klappt f10 nicht warte mal ich glaube tatsächlich ich muss so machen okay bis gleich tschüss also bis morgen vielleicht bei q4 tschüss